Ich könnte auch hieraus ein bisschen kritisch werden, wenn ich den gegnerischen Sammler angreife. Die Branden sind schon, glaube ich, ziemlich gut, ne? Okay, der Sammler kommt. Achtung, der Ritter kommt. So, dann stellt ihr euch einfach mal in die erste Reihe. Du bleibst ein bisschen im Tiberium stehen, wenn es dir wieder gut geht. Ich brauche hier wirklich mal ein bisschen Platz, um mich zu entfalten, weil wenn ich da hinten die Basen aufgebaut hätte, wäre es, glaube ich, nicht allzu gut gewesen. Die halten mir aber wahrscheinlich auch nichts aus. Die sehen so aus wie Panzer, die wirklich nichts aushalten. Aber das sieht schon auf jeden Fall lukrativer aus für eine Basis. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Gebäude? Du musst doch irgendwo deinen scheiß Bauhof einsetzen können. Himmel! Kann doch nicht wahr sein, sag mal. Was ist das hier? Wow! Ich liebe dich. Oh mein Gott. Ist das eine Raffinerie hier? Weil dann reicht das ja eigentlich. Was ist das? Bist du ein Chemiebehälter? Soll ich euch zerstören? Ich kenne dieses Gebäude wirklich nicht. Jetzt werden wir mal da hin. Ob das jetzt so eine gute Idee war, ich weiß es wirklich nicht. Boah, ich habe schon geile Einheiten, man. Wir levelen auch richtig schnell auf. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Okay, das sind die Chemiebehälter. Wird gebaut. Einheit bereit. Easy befehlen. Wo läufst du? Hinten fährst du? So, okay. Die Kaserne. Die haben es natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich will wirklich nur wissen, was das für ein Gebäude ist. Da gebe ich auch gerne jetzt auch mal einen Euro für aus. Den einen oder anderen. Da ist er. Ich muss es mal ein bisschen leiser gerade machen. Ich habe natürlich die Fenster lauter gemacht. Deswegen ist es für mich jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen laut. Gebäude erobert. Oh, was ist das? Was kann ich damit? Ich weiß es nicht. Bist gebaut. Bau abgeschlossen. Ja, okay. Das könnte jetzt natürlich fatal für mich hin. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwo eine Möglichkeit, das Kack-Ding jetzt hier irgendwo hinzubauen. Ja, gib her. Ach, kannst du gar nicht mehr weggeben, ne? Das ist tatsächlich eine Raffinerie. So sieht die Raffinerie von dem Knott aus? Sieht die anders aus, als meine? Boah, die Panzer sind so geil. Ich liebe die. Die fahren richtig gut. Wo ist denn hier ein Tor? Ich habe ja unglaublich wenig Platz zum Bauen. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Ich weiß wirklich nicht, ob das so klug war, das hier hinzubauen, ey. Scheiße. Das hier war für mich so unglaublich lukrativ. Bau abgeschlossen. Okay, hier kann ich das Ding so hinbauen. Neue Baumöglichkeiten. Coole Sache. Okay, was kann ich jetzt bauen? Ne Waffenfabrik und eine Radarzentrale. Machen wir erstmal... Machen wir nur eine Raffinerie. Das habt ihr mir, den Tipp habt ihr mir gegeben? Wird gebaut. Äh. Bringt auf jeden Fall mehr, offensichtlich, als... ...dass ich alles einzeln bauen würde. Das ist wie jetzt... ...ordentlich gefährlich. Du sollst dich nicht einmal angreifen. Nein, kein Raketenstart. Öh. Ekelwolken. Pestwolken. Das zieht mir auch noch was ab. Sahne wird angegriffen. Du kommst damit zurecht. Ja, war mir schon klar. Wir können hier mal ein bisschen erkunden. ...wird erledigt. Chemiebehälter habe ich ohnehin zerstört. Ich ziehe es in euch ab. Ich hoffe mal nicht allzu viel. Weil die Panzer sind auf jeden Fall gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das für welche sind. Aber ist mir gerade auch relativ egal. Sie müssen einfach nur irgendwo hinstellen können. Ach bitte. Komm schon. Oh, diese... Diese... Oh, ich glaub's nicht, ne? Was ist denn hier? Kannst du hier noch was ernten? Tatsächlich, okay. Zu wenig Energie. Ja, bleib... Ach so. Mein Kraftwerk wird, äh... Gerade ein bisschen durchgenommen. Ja, ihr Reiz, Sir. Einheit bereit. Ja, das zieht schon auf jeden Fall ein bisschen was ab. Ist das aber erstmal... Einheit bereit. So, okay. Jetzt kann ich das da hinsetzen. Dann verkaufe ich nämlich den hier. Zack. Auch ein Tipp von euch. Ich gebäude verkauft. Da kriege ich sogar noch ein paar Männchen dazu. Coole Sache. Ähm, bauen wir... Bauen wir erstmal ein Radar. Wird gebaut. In Ordnung, Sir. Ah, wenn der letzte Soldat schon so aufgelevelt sind. Finde ich cool. Ich will aber Siberiumkämpfer entwickeln können. Ne? Und nicht hier nur mein... Mein Spürkis. Ja, komm, sammelt euch mal alles schön irgendwo. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen. Bauen wir mal auf den Kraternhof. Wunder, welche. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Silos. Jetzt schon? Ernsthaft? Bauen wir mal ein paar Galeitjäger. Ähm. Ansonsten bauen wir nochmal hier... Eine Turbine. Brauchen wir nicht mehr. Ja gut, wenn das so ist, dann können wir jetzt eigentlich auch schon eine Waffenfabrik bauen. Zack. Wird gebaut. Die, genau, die Impulskanon. Das könnt ihr mir doch sagen eventuell, äh, was es damit aufsichert. Da sind ja noch ein paar normale Einheiten dabei. Das will mich mal interessieren. Die hab ich mich noch nicht so ganz begriffen. Einheit bereit. So, okay. Ich muss auf jeden Fall auch noch Betonplatten bauen, ne? Weil wegen unterirdischen BMTs und so... Ihr kennt die Problematik, ja. Einheit bereit. Dürfte euch ja geläufig sein aus der letzten Mission. Wird erledigt. Aber wenn ich jetzt hier schon zum Beispiel was finde, so eine Artillerie oder so, die ich dann eventuell schon mal mit meinem Gleitjäger kaputt machen könnte... Ja, bitte. Alles klar. Einheit bereit. Das kriegt ihr jeden. Ich glaube an euch. Bau, achtgeschoss. Einheit verloren. Neue Baumöglichkeiten. Ja, bitte. Einheit verloren. Spielplatz und viele Sensor. Einheit verloren. Die DIT-Zentrum, ja, das muss ich wahrscheinlich bauen, ne? Cyborg zur Stelle. Wir alles klar. Fliegt hin! Auf, auf! Und davon. Wollt ihr eigentlich nur meine Basis erkunden oder was ist jetzt hier? Oh, mein Stützpunkt wird angespügt. Okay, aber die können sich gegenseitig auch nicht verletzen. Das finde ich, das finde ich top. Okay, dann bauen wir jetzt mal ein Technologiezentrum, dann lass doch die wieder energieniveau kritisch. Aber ist es halt so. Aber dann kann ich vielleicht auch diese geilen Panzer bauen. Die gefangen wir nämlich richtig gut. Siehst du, ist das Wapta-Panzer oder was? Ich kann es ja leider nicht erkennen, weil das Spiel zeigt mir es leider nicht an. Und ich hätte es ja traurig machen. Okay, was ist da? Ah, okay, das ist so ein netzstrumpfoses Todes. Ich kann mir vorstellen, dass sie hier noch irgendwo so ein paar Flachs versteckt haben oder sowas. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ja, das ist gut, wenn ich dann hinterher irgendwann mal in 400... Scheiße. In 400 Jahren mal tatsächlich was gebaut haben sollte, beziehungsweise wenn ich dann mal die Basis platt gemacht haben sollte von den Gegnern, dann kann ich nämlich schön lecker mit den Gleitjägern, beziehungsweise hinterher mit meinen Orcas unter Umständen mich ein bisschen erkunden umgehen. Zack, und... Das reicht einfach nicht aus. Das ist ärgerlich. Doch, es reicht aus, oh mein Gott. Wird gebaut, gestoppt. Wird gebaut, gestoppt. Wird gebaut, gestoppt. Wird gebaut, gestoppt. Betonplatte. Einfach nur Geld ausgeben, damit ich, äh, keine Nachteile dadurch hab. Wird gebaut, Bau abgeschlossen. Wird gebaut, abgebrochen. So, bauen wir mal hier vor ein paar. Die ist Rob da, da ist er. Die alte Drecksau. Keine Ahnung, was die pro Stück kosten, aber die sind es auf jeden Fall wert. Die halten wahrscheinlich wirklich nichts aus. Ist so ein bisschen, ne, keine Sorge, die ich hab. So. Oh, gehen wir aber nicht auf den Nuss. Oh, jetzt hab ich so schön Energie gebaut, ne. Gestoppt. Ja, komm, dann setzen wir hier nochmal hin. Ah, bauen wir halt nochmal Energie, ne. Was kostet die Welt? Wird gebaut. Ich weiß trotzdem nicht, was das da unten ist. Können wir irgendwas vielleicht hier so bauen? Werkstatt, Zentrum, Feuersturmgenerator. Ja gut, das ist aber auch nur die Verteidigung, ne. Die brauche ich ja hier auch nicht wirklich. Blau abgeschlossen. Wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Kraftwerk. Das ist, was einfach nochmal dein Fuß zerstört worden ist. Wieso eigentlich nicht? Ich baue auf jeden Fall Silos, ne, offensichtlich. Weil ich hab jetzt, glaub ich, schon so viel Kohle verloren. Brauchen wir mal ein paar Silos. Wo sind denn Silos? Da sind die Silos. Okay. Bau abgeschlossen. Mal gucken, wo ich eins hinsetzen kann. Wird gebaut. Da ist mal ganz viel Disruptors bauen. Das ist das Thema wahrscheinlich auch von selbst erledigt mit den Silos. Das ist auch schon mal Tiberium. Das ist schon mal gut zu wissen. Kriege ich noch ein paar Tierchen irgendwo. Zerstören Sie den Notstützpunkt. Und alle Chemiebehälter natürlich auf dem Weg. Naja, ist okay. Sollte ich hinbekommen. Ob heute, weiß ich nicht. Wir spielen mal nach Viertel vor 8 Grad mal. Ich war gerade beim Christoph. Da hab ich so ein bisschen wieder so ein paar Oldschool-Themen ausgepackt. Also hier, was ich gelernt hab bei der Ausbildung, war man zu kühlen. Und das stimmt, ist, ich kann es offensichtlich noch. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo irgendwo vielleicht was rumfleucht. Ich sag mal, die Leute kann man da auf jeden Fall schon mal beschäftigen. Wir können auch schon mal ein paar Türme bauen, natürlich. Muss man nur noch mal gucken, wie er dann aussieht mit Energieniveau und so. Weil die Diswap-Jak-Panzer scheine so ziemlich gegen alles gut zu sein, hab ich das Gefühl. Dumm aus dem Weg. Ich unterstütze mal so ein bisschen. Ja, wobei ich glaube, ich würde euch das Jopi vielleicht doch was ist. Ja, komm, dann geht zurück in die Basis, Jungs. Hier mal ein Türme schon hin. Neue Bau-Möglichkeiten. Können wir den bauen. Raketenwerfer, Mokankanon, okay. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Platz zum Bauen. Zum Not muss ich da auch die Türme zerstören. Okay. Ja, und ich verkaufe das. Ich weiß nicht, was das ist. Weg mit der Scheiße. Wer ist da auf dem Riva, die brauche ich offensichtlich sowieso nicht. Wir können auch mal bitte nach da vorne gehen. Einheit bereit. Ich verraff das aber auch nicht, ne? Einheit bereit. Ja, Sir. Ja, aber wenn ich mit den Disruptors soweit bin, dann bin ich eigentlich schon fast gefühlt. Schon mal so einen kleinen, äh, ja. Wie soll man es denn nennen? Wait zu wagen? Jawohl, Sir. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir machen mal die Geschwindigkeit ein bisschen schneller. Jo. Fortz, Herr Zinn. Ich speichere auch mal hier zwischen. Genau, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Abschneiden des Nachschubs. Jawohl. Danke. Was war das? Was war das? Geben wir es auch... Keks, das hier die ganze Zeit hier natürlich... Ja. Oh, scheiße. Fuck. Ja, ihr Horst-Spacken. Okay. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ernsthaft. Ja, es ist... Klar, ich... Mein Fehler. Auf jeden Fall. Weil... Ich habe da keine... Dinger hingebaut. Betonplatten. Fickt euch. Ich habe kein Geld mehr. Nein. Wie geil ist das denn? Los, schneller. 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 Kommt, ist überhaupt der Panzer. Wir wissen doch alle, was kommt. Warum ist das jetzt so langsam? Habe ich die doch noch ein bisschen... Oh. Ne, okay. Es ist... Eigentlich in Ordnung. Ist das jetzt mal hier schon zu viel Grafik für dich, oder was? Willst du mich verarschen? Machen wir einen schneller. Ist jetzt eigentlich noch so ein erträgliches Tempo. Ha! Fickt euch. So, bauen wir jetzt nochmal ein Kraftwerk. Ist noch so ein Disruptor. Ja, aber ich könnte es natürlich hier noch irgendwo rauslassen. Boah, leckt mich doch am... Am selbigen. Da, schaut euch das an. Einheitsverloben. Schon haben wir hier eine ganz andere Ausländssituation. Ja, ich zerstöre mein eigenes Geld, ich weiß. Einheitsverloben war abgeschlossen. Lächerlich, ja. Muss ich auch mal in meine eigene Fahne schreiben. Was ist mit dir? Ein wenig Geld. Ja, okay. Ah, Mann, ey. Schade. Jetzt war es doch mit der Verteidigung einfach mal. Ah. Ja, in der Verteidigung sind die Disruptor-Panzer offensichtlich nicht so zu gebrauchen. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein richtiges Potenzial, was das angeht. Bau abgeschlossen. Ich überlege mal ganz mal, ob ich jetzt noch mal eine Reparaturallange bauen soll. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Hätte ich gar nicht so sinnlos. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Oh, nee, noch nicht. Okay, ich dachte schon. So. Gut, dann bauen wir jetzt, ähm, noch mal Tür. Wird gebaut. Die wird erst mal repariert. Bau abgeschlossen. Oh, zack. Und, äh, wo ist denn hier? Raketenwerfer. Wird gebaut. Gegen Infanterie würde ich jetzt eigentlich erst mal sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt was. Oh, die sind aber ganz schön teuer, die Raketenwerfer. Mobile Sensoreinheiten. Bau abgeschlossen. Habt ihr mir auch gesagt, damit kann ich offensichtlich, äh, unterirdische Dinger sehen. Ist der erst mal nicht verkehrt? Boah, die sind ganz schön teuer, ey. Mann, der Basisturm ist so günstig. Ja, aber ich stelle es mal, das bringt mir jetzt hier aktuell auf jeden Fall mehr als, äh, wenn ich jetzt hier Maschinengewehrtüren bauen würde. Ja, aber die Infanterie scheinen ja nicht wirklich zu kommen, aber die können natürlich mit unterirdischen BMTs kommen. Ah, und das wiederum würde bedeuten, dass ich da doch das ein oder andere Problem haben könnte. Ah, ich werde noch einfach ein paar Türme bauen. Hier ist jetzt glücklicherweise genug Tiberium. Äh, dann lasse ich jetzt erst mal meine, äh, offensive, offensive sein. Das einzige, was mir noch so ein bisschen in der Quere kommt, ist der scheiß Raketenabschluss. Den würde ich auch irgendwie gern stören. Äh, Basistürme brauche ich noch ein paar. Zack. Ein bisschen Flack will ich mir auch noch bauen. Oh nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Nein, 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 kein Problem. Boah, alter. Oh ja, gehen wir ja schon, äh, wir könnten was. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, wunderbar, cool. So, dann mach mal weiter. So wie du aufgehört hast, das war schon ganz gut. Wird gebaut. Oh, ich höre hier doch schon wieder unterirdische Span... Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Fragst du, wo kommen sie raus, ne? Bau abgeschlossen. Ah, bauen wir unten jetzt erst auch nochmal ein paar Raketenwerfer. Wird gebaut. Ja, guck mal, da sind sie. Die Beule offensichtlich... Nicht ganz... Ach, du Wichser, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh, geh mir doch nicht auf, Nuss. Oh, ist das ärgerlich, Mann. Ist das ärgerlich. Aber immerhin muss ich keine Energie nachbauen. Wird gebaut. Immer positiv sehen. Sonst noch irgendwas zu reparieren. Bau abgeschlossen. Hier, kann ich den Keil auch schon hinsetzen. Perfekt. Die Raketenwerfertypen sind aber ganz schön geil eigentlich, ne? Oh, ich stinke... Mauten können die aber auch mal weg, echt, ey. So, zack. Was baue ich jetzt? Keine Ab... Keine Abtisch gewesen. So, dann bauen wir jetzt... Nochmal ein paar Basistüme, ne? Warum nicht? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Zu wenig Geld. Oh, zu wenig Geld. Gut. Da hab ich nicht gerechnet. Dann bräuchte ich nochmal hier mitten einen rein. Zack. Sagen wir mal, Luftabwehr. Ups. Zwei Flax reichen auch nicht aus. Da unten meine Silus können die von mir aus fragmen. Und dann baue ich jetzt nochmal, äh... Zwei... Bukatkanon-Moppeds. Also Maschinengewehre. Falls hier jetzt doch mit Inversoren ankommen oder so ein Shit. Aber erstmal Energie. Wird gebaut. Ja, das ist wirklich der einzige Vorteil hier, dass man hier echt Kohle ohne Ende bekommen kann. In der Mission. Aber das mag ich eigentlich so als Strategie spielen. Gerade das, genau das, was ich jetzt gerade tue. Nämlich einfach Basenbau. Basenbau ist toll. Ich weiß nicht, wie viel mir der Feuerstückgenerator helfen würde. Ja, ja, okay. Boah, der ist gut, ey. Der gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Und... Und...